heute bei mir zu gast jessica kelber bankenbetreuerin der banken kooperation der württembergischen jessica schön dass du da bist hallo eric vielen dank jessica für was steht die barco und was ist das besondere an dem konzept die barco banken kooperation ist für mich die persönliche betreuung in dem ich den bankpartnern vor ort durch meine erfahrung und expertise zur seite stehe also die kommunikation eben in den banken ganz nach unserem slogo mehr mensch mehr wert die barco macht es sinn genius alternative investments über banken zu vertreiben ja absolut alternative investments ist eine asset klasse die eben sonst nur für institutionelle anleger zugänglich ist und ich denke das macht es für einen privatanleger umso attraktiver denn wir ermöglichen den zugang zu einem sonst verschlossenen markt und außerdem wird das geld von uns eben auch direkt echt in alternative investments investiert welchen mehr wert bietet genius alternative investments im beratungsgespräch ja vor allem als mehrwert flexibilität planbarkeit sicherheit und steuervorteile sind somal die wichtigsten aber gerade als zukunftsinvestition in der generationenvorsorge bietet sich geld alternatives investment an vor allem eben als langfristigen ansparplan für kinder und enkelkinder bei dem produkt investieren wir für die zukünftige generationen in zukunftsfähige investments und legen das geld dabei in digitalisierung und erneuerbare energien an und ich denke die kombination als strategie eben mit in verbindung mit kinderprodukten ist nicht nur sinnvoll sondern eben auch lukrativ vielen dank jessica ich bin fest davon überzeugt dass unsere bankpartner sehr viel spaß mit diesem produkt haben werden auf jeden fall denke ich auch